Ja, wir sind im Lager. Ich habe einiges gemacht. Ich weiß nicht, ob das alles in der Folge war, aber wenn es nicht schlimm, wir gehen jetzt auf Reisen. Ihr schaut das Logo und dann gucken wir mal zu, dass wir dahin gehen, wo wir wegkamen. So. Kurz auf die Karte geguckt. Okay, wir gehen in die andere Richtung. Okay, ich gehe hier hoch. Aber da links ist auch so ein elektrisches Ding. Wohl nur einer, oder? Warte, wir wollten die... Wieso kriege ich jetzt meine Dinge nicht rein? Habe ich doch ausgerüstet, oder? Hier, ist ausgerüstet. Warum kann ich die nicht auswählen? Jetzt aber. Zwei Schüsse, aber leider... ...schon erledigt. So viel Power. Da ist noch so ein komisches Viech. Osketa, oder wie hieß er? Und Sherry. Wenn ich noch mal schieße, ist es, glaube ich, vorbei, oder? Oh, da sind noch mehr, jetzt. Ah, da sind Bilder, aber okay. Komm, dann kommt er hier mit raus und dann machen wir das gerade, erledigen wir das. Oh, da sind wir hier mit raus und dann machen wir das gerade, erledigen wir das gerade. Jetzt brauche ich doch Hilfe. Sprengzeug ist auch noch da. Da ist noch so ein Flieger jetzt. Kann den mal einer treffen. Wo ist er? Da. Gut, erwischt. Holen wir den erstmal wieder rein und hier holen wir den Dud noch weg. Das ist nur Holz, ne? Nein, das brauchen wir nicht. Gut, jetzt müssen wir uns ein bisschen erholen. Da oben drauf ist bestimmt irgendwas, was gut ist für uns. Da gehen wir mal hin, oder? Okay, da ist ein Mammut. Ich hoffe, wir kommen ungesehen nebenher, ohne dass er aggro wird. Da ist nichts passiert. Oh, ein Baum mit Früchten. Da war noch einer. Machen wir es wunderbar. Es ist schon gelohnt hier hoch zu gehen, ne? Und da oben ist noch irgendwie eine Statue. Auf jeden Fall was auf dem Sockel. Der ist nicht grün, ist keine Statue. Ach, so ein Buch vom Schiffsbrückigen. Gut. Oh, den Dingens, den haben wir ganz vergessen. Den Drachen, da müssen wir hin. Hier runterspringen ist Selbstmord. Also mal hier so lang laufen erst. Und dann so ein bisschen runter segeln. Oh, da hinten ist eine Statue. Aber erst... Wie machen wir es am besten? Das sieht ziemlich steil aus, ne? Ja. Kommen wir denn da hin? Ich denke schon, oder? Hoffentlich krach die Brücke jetzt nicht gerade ein. Kann man da nachher hochklettern? Ich glaube schon, ne? Sehr gut. Wo muss man hoch hier? Und hier ist der Drache. Keine Ahnung, wofür der gut ist. Wir werden sehen. Karte mal gucken. Kriban, 23, den sollte man ja schaffen. Ah, da hinten ist der ja drinnen. Gucken wir erst mal, wofür der Drache gut ist. Wenn er was erkennen kann. Hier ist wieder vom Schiffsbrückigen was. Aber da kann ich jetzt nichts machen, glaube ich, oder? Ne. Was ist das hier? Das sieht so anders aus. Ich glaube, den da müssen wir mal schießen, oder? Ja, schön, wenn man Pfeil und Bogen gehen würde, ne? In diesem Fall natürlich Bolzen. Ich glaube, das ist das hier. Das war's für heute. Das hat jetzt bei beiden geklappt. Aber wir sind schon wieder ziemlich sprechlich. Auf jeden Fall haben wir die extra Portionen jetzt gekriegt an Dinge, Erfahrungspunkten. Wie gut sind die? Ist daneben noch was? Oder ist es nur einer? Okay, dann nehmen wir den mit ins Spiel. Der klappt ja jetzt. Der kämpft da hinten, okay. Aber der ist drinnen. Was ist das Rote da? Ach so ein anderer. Das ist gerade ein bisschen doof, weil es dunkel ist. Gibt es hier schon einen Sprungpunkt irgendwo? Ich habe eigentlich einen gesehen, aber da ist er. Das würde bedeuten, der müsste in diese Richtung sein. Ach, das ist da hinten der Sprungpunkt wahrscheinlich, oder? Da gibt es wieder einen Technikpunkt. Das ist ja auch nicht schlecht, ne? Hier ist eine Brücke. Tatsächlich. Jetzt sagt nicht, wir sind über die Brücke und haben uns den grünen Punkt geholt und haben das Ding hier rechts liegen lassen. So sieht es aus. Aber ich gehe mal gerade ins Basislager schlafen. So und dann Sachen entladen. Diese Dinge können wir alle hier lassen. Hier ist jetzt gerade das Leder nur. Was ist das denn? Ach, Feuertechnik, Frucht, Feuerschuss, Tomaten. Ist hier irgendwas noch, was hier rein muss? Ich glaube nicht, ne? Ne. Ist hier was bei. Ist hier was besseres? Ja, hier können die Feuerdrüsen rein und so. Das war jetzt eine Elektrodrüse natürlich. Das ist die Feuerdrüse. Ich glaube eher nicht, ne? Hier was bei. Die drei Sachen hier. Ne, diese drei Sachen sind Wassertechnik, Blubberschuss, Eistechnik, Frucht, Eisschnitte. Feuerschuss und Felskanone und Windschneider. Okay. Ah, das Hörnchen kann hier rein. Sonst würde ich das austauschen. Hier ist noch eine Tomate drin. Ja, die kommen, die nehmen wir raus. Die Tomate packen die da rein. Und dieser hier kommt für die Zündkerzen rein. Haben wir hier noch was? Da sind nur altbackene Geschichten. Das heißt, der Rest muss hier eigentlich rein. Tomaten packen wir jetzt hier rein. Die Zündkerze auch. Ach, hier ist noch sowas. Halt dran. Ne, den nehmen wir ja mal mit. Wir nehmen mal ein Ei mit, weil das können wir austauschen, denke ich. Das Eisen machen wir hier rein. Die Rüstung ist egal. Das heißt, wir haben noch das Fleisch hier. Das könnte man mal aufessen. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht die Steine aufsammle. Wie weit ist das Ei? Ach, das braucht noch eine halbe Stunde. Okay. Dann nicht. Dann packen wir hier wieder rein das Ei. Hier die Fasern kommen da raus. Die müssen hier in die erste Kiste. Genauso wie der Stoff hier. So, der Rest bleibt alles drin. Ja. Nur noch 10 Pfeile? Ach ne, das sind Feuerpfeile. Okay. Hier unten sind 250 andere. Passt. Da kommen dann immer noch ein paar mit. Dann machen wir weiter welche. Hier ist die heiße Milch fertig. Können wir noch mehr machen? Ah ja, können wir machen. Ne, können wir nicht. Brauchen wir nicht machen dann. Hier können wir das Fleisch machen. Geil. 3. Gut. Die Milch kann hier rein. Das Ei ist schon weg. Die Milch kommt da rein. Alles mit 1. Das ist noch ein bisschen niedriger sogar. Komm, gib denen das. Dann sind die glücklich. Was soll ich damit? Wir hatten eben ein Level Up. Den sollten wir uns mal angucken. Und wir können eigentlich hier schauen, dass wir da vielleicht was machen können. Ah doch nicht. 9er. 15 brauchen wir. Das funktioniert nicht. Und die Pals. Können wir ihn upleveln. 10 und 2 haben wir. Hier brauchen wir aber schon 3. Verteidigung Arbeitstempo ja wenn dann hier. nochmal. Und dann brauchen wir da einen von. Den haben wir auch. So und dann brauchen wir 2 und das ist noch nicht alles dann. Der ist also nochmal stärker geworden. Okay. Haben wir es erst. Ein bisschen reparieren noch und dann schaue ich noch zu, was ich hier im Lager machen kann. Und ihr kommt in der nächsten Folge wieder mit dabei. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, damit ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.